Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Sandfilteranlage richtig in Betrieb nehmen und somit auch mit Sand füllen kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich noch eine kleine Kartuschenfilterpumpe Ampoule angeschlossen, welche aber einfach zu schwach ist und deswegen möchte ich diese mal gegen eine Sandfilteranlage von Bestway austauschen. Das Ganze funktioniert aber natürlich bei anderen Herstellern relativ ähnlich. Zuerst einmal sollten wir alles auspacken und schön auf den Boden verteilen, damit wir auch einen guten Überblick über unsere Anlage selber, über Schläuche und natürlich auch über die speziellen Adapter und vor allem unsere Dichtungen haben. Nun können wir auch schon den unteren Ring von unserem Kessler mal mit der Pumpe verbinden. Hierfür die Pumpe einfach etwas anheben, da befinden sich nämlich zwei solche kleinen Nasen normalerweise unten drunter und die stecke ich jetzt von oben auf meinen Ring drauf. Dann sollte das Ganze nämlich auch schon passen. Für meinen Kessel muss ich eigentlich nur darauf achten, dass wir bei unserem Ring hier unten so eine kleine Nase haben und beim Kessel befindet sich auf der Unterseite das Gegenstück, was so eine kleine Einkerbung ist. Ich schaue also, dass die Einkerbung bei meiner Nase richtig drauf sitzt und danach lässt sich nämlich der Kessel auch nicht mehr drehen. Als nächstes können wir unsere Anlage eigentlich auch schon mit Sand befüllen, deswegen mal den mitgelieferten Sandeinfüllschutz von oben auf den Kessel drauf geben. Hierbei ist eigentlich nur wichtig, dass wirklich das innere Rohr verschlossen bleibt, dass da auf gar keinen Fall beim Befüllen irgendwie Sand reinkommt. Und meine Sandfilteranlage habe ich übrigens auch schon an den richtigen Ort gestellt, da das Ganze natürlich später mit Sand doch etwas schwerer zum Verschieben ist. Jetzt schauen wir aber erst einmal in der Betriebsanleitung nach, wie viel Sand hier reinkommt und vor allem auch, welche Körnung benötigt wird. Bei mir benötige ich eine Sandgröße von 0,45 bis 0,85 Millimeter und das Fassungsvermögen meiner Sandfilteranlage beträgt ca. 36 Kilo. Falls es bei dir in der Anleitung übrigens nicht drin stehen sollte, dann am besten mal noch den Einfüllschutz wieder runternehmen und normalerweise können wir hier am Rohr auch noch eine Markierung für minimalen Füllstand von Sand und für den maximalen Füllstand erkennen. Bedeutet einfach irgendwo dazwischen sollte der Sand am Ende liegen. Ich fülle also zuerst einmal einen ganzen 25 Kilo Sack in meine Sandfilteranlage rein. Und die restlichen 11 Kilo habe ich mal mit einer normalen Personenwaage abgewogen und gebe diese jetzt mit meinen Eimer ebenfalls in den Kessel. Zum Schluss den restlichen Sand von unserem Einfüllschutz einmal noch runtergeben, hierfür gerne auch etwas wackeln und dann können wir nämlich diesen auch schon ganz einfach entfernen. Als nächstes nochmal nachkontrollieren, dass wirklich auf gar keinen Fall hier oben irgendwelche Sandkörner sind, da es anschließend sonst unricht werden könnte. Und nun können wir auch schon unser Mehrwegeventil einmal von oben drauf setzen und müssen nur darauf achten, dass der Anschluss natürlich auch bei dem entsprechenden Rohr drauf passt. Bei mir schaut es schon gut aus und jetzt richte ich es schon mal grob aus und zwar muss mein Anschluss C, welcher hier oben gekennzeichnet ist, auch Richtung meiner Pumpe rüber schauen. Als nächstes müssen wir mal noch unseren Spannring etwas lösen. Hierfür habe ich hier drüben eine Kreuzschraube und auch auf der Seite, weswegen ich mal mit einem ganz normalen Kreuzschraubendreher das Ganze gegen den Uhrzeigersinn ordentlich löse. Nun den Spannring auseinander nehmen, schauen, dass wir ihn anschließend auch über unseren Kessel und vor allem natürlich auch über unser Mehrwegeventil drüber bekommen. Bei mir schaut das schon relativ gut aus und jetzt wieder beide Schrauben einsetzen. Ich habe übrigens geschaut, dass beide Schrauben erst einmal leicht anpacken, denn das geht doch meist etwas schwerer, als es im Video immer ausschaut. Und wenn das geschafft ist, dann schaue ich, dass ich beide einfach mal immer relativ gleichmäßig im Uhrzeigersinn fester zudrehe. Bei mir sollte es normalerweise passen und jetzt kann ich auch mal meine Dichtung bei dem Anschluss C und vor allem auch bei meiner Pumpe richtig rund drauf geben. Hierfür haben wir auch wieder so eine kleine Einkerbung und die gebe ich jetzt mal auf das entsprechende Gegenstück auch drauf. Dann sollte nämlich die Dichtung auch schon von alleine passen. Natürlich schauen, dass diese vorne auch relativ sauber ist. Dasselbe Spiel mache ich hier unten jetzt genauso. Und dann können wir auch schon unseren kleinen Schlauch einmal noch mit dazu nehmen. Schauen, dass dieser im Uhrzeigersinn ordentlich anpackt. Genauso hier unten bei meiner Pumpe auch. Und dann kann ich mal noch darauf achten, dass ich es wirklich nur per Hand festdrehe. Das sollte nämlich normalerweise auch schon vollkommen ausreichen. Eine Sandfilteranlage hat auch immer einen Anschluss zum Rückspülen. In meinem Fall ist er mit D gekennzeichnet und da kann ich jetzt auch mal wieder meine entsprechende Dichtung ganz einfach drauf geben. Und bei meinem Modell ist so ein schöner Anschluss für einen losen Gartenschlauch auch dabei gewesen. Normalerweise kommt da wirklich kein Wasser raus, außer wir stellen die Anlage wirklich auf Rückspülen. Nun sind noch zwei Anschlüsse übrig geblieben. Zum einen mal hier bei meiner Pumpe. Da gebe ich auch wieder natürlich die Dichtung drauf und meinen ersten langen Schlauch aus dem Set. Und noch mein freier Anschluss beim Mehrwegeventil, weswegen ich auch hier natürlich wieder die Dichtung nicht vergessen darf. Und anschließend kommt auch hier der zweite lange Schlauch noch mit drauf. Noch kurz zum Verständnis. Das dreckige Wasser gelangt meist über den Skimmer jetzt direkt in unsere Pumpe rein. Von der Pumpe aus geht es weiter in unseren Filter hinein. Dort wird natürlich das Wasser erstmal sauber gefiltert und gesäubert. Gelangt es hier hinten wieder raus und dementsprechend über die Einströmdüse in unseren Pool zurück. Da mein Schlauch jetzt natürlich nicht direkt auf den Anschluss von dem Pool drauf passt, ist normalerweise auch immer ein spezieller Adapter mit im Sandfilteranlagenset dabei. Und diesen Adapter kann ich jetzt einfach mal hier vorne bei meinem Schlauch reingeben. Da ist nochmal so ein kleiner O-Ring, weswegen es auch etwas schwerer geht. Und danach auch nochmal das Ganze im Uhrzeigersinn per Hand festdrehen. Und dasselbe Spiel machen wir natürlich bei unserem zweiten Schlauch genauso. Da mein Pool jetzt aber schon mit Wasser befüllt ist, kann ich natürlich nicht einfach den Schlauch von der alten Filterpumpe abziehen, da mir sonst das ganze Wasser durch den Anschluss auslaufen würde. Deswegen war aber beim Kauf vom Pool auch so ein spezieller Stopfen mit dabei. Und nun kann ich einfach mal meinen Anschluss hier innen drin im Uhrzeigersinn rausdrehen. Dann entnehme ich das Ganze auch schon und schaue einfach, dass der Stopfen mit Richtung Nase auch zu meinem Anschluss rein zeigt. Und dann kann ich diesen Anschluss auch schon ganz einfach abdichten. Wenn du Glück hast, dann hat dein Pool natürlich auf der Seite beim Schlauch noch ein kleines Ventil, was du einfach im Uhrzeigersinn zudrehen kannst und somit auch den Anschluss abdichten kannst. Beim anderen Anschluss natürlich genau dasselbe Spiel. Den Stopfen wieder einfach richtig rum hineingeben und wir können auch schon unseren ersten Poolschlauch einmal entfernen. Hierfür die Schlauchklemme einfach abdrehen, das Ganze etwas herunterziehen und ich halte diesen jetzt einfach mal in meinen Pool hinein und entleere ihn somit auch. Danach ganz einfach unseren neuen Schlauch nehmen, schauen, dass wir diesen hier auch wirklich sauber bis ganz zum Poolrand hin draufschieben können. Im Notfall etwas einmal drehen und in meinem Fall kann ich jetzt auch noch die alte Schlauchschelle verwenden. Natürlich könntest du auch noch eine spezielle aus Eisen benutzen, doch normalerweise bei so einem kleinen Aufstellpool sollte das vollkommen ausreichen. Auch beim zweiten Anschluss entfernen wir erst einmal unsere Schlauchschelle. Danach können wir nämlich den Anschluss auch schon wieder schnell herunternehmen, in den Pool am besten reinhalten oder natürlich auch in einen Eimer den neuen Poolschlauch wieder drauf geben. Schauen, dass dieser schön bei der Wand vorne sitzt und die alte Schlauchschelle dementsprechend wieder richtig rum drauf geben und im Uhrzeigersinn festdrehen. Danach den Poolschlauch wieder öffnen, indem ich meinen Stopfen einfach aus dem Anschluss rausgebe. Jetzt strömt auch schon etwas Wasser in die Sandfilteranlage, was gar kein Problem ist und wir können unseren entsprechenden Aufsatz einmal wieder schön sauber hier vorne hineinschrauben. Sobald ich meinen zweiten Anschluss öffne, sollte jetzt normalerweise auch schon Luft aus diesem rauskommen. Die Sandfilteranlage befüllt sich noch mehr und wenn die meiste Luft draußen ist, können wir natürlich auch wieder unseren Anschluss hier vorne einfach drauf geben. Meine Anlage ist richtig angeschlossen, aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich das System natürlich auch noch richtig entlüfte und danach vor allem auch rückspüle. Deswegen tue ich gleich einmal einen leeren Eimer unter meine Sandfilteranlage runterstellen und ich habe mir mal so ein kleines Stückchen mit einem Schlauchadapter vorne dran gebastelt. Und das kann ich jetzt ganz einfach bei meinem Anschluss D nämlich drauf geben. Die Pumpe ist immer noch nicht am Strom angeschlossen. Jetzt einfach mal den Hebel hier oben etwas nach unten drücken und das machen wir so lange, bis Wasser bei unserem Anschluss D auch rauskommt. Auch in unseren Poolschläuchen kann noch relativ viel Luft drinnen sein, weswegen ich diese jetzt einfach mal von der Filterpumpe aus etwas nach oben hin heben würde und so jetzt einfach langsam, aber sicher die Luft nach oben Richtung Pool steigt. Das machen wir jetzt wie gesagt bis zum Anschluss von unserem Pool und dann sollte nämlich auch schon die ganze Luft aus dem Schlauch draußen sein. Dasselbe Spiel natürlich bei einem anderen Anschluss genauso und hier haben wir jetzt übrigens auch nochmal eine Möglichkeit, dass wir zum Beispiel unser Glas hier oben etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen und somit auch noch die restliche Luft aus unserer Pumpe rausbekommen. Wenn Wasser rausläuft, dann einfach wieder schließen. Je nach Modell kann hier oben nämlich auch ein kleines Entlüftungsventil noch sein. Die meiste Luft aus unserem System sollte draußen sein und jetzt müssen wir unsere Sandfilteranlage erst einmal noch rückspülen, dass natürlich der erste Dreck von dem ganzen Sand nicht direkt im Pool landet. Deswegen den Hebel einmal nach unten drücken und rechts rüber, in meinem Fall nämlich zu dem Symbol mit den zwei Pfeilen, was einfach rückspülen bedeutet. Danach die Pumpe am Stromnetz anschließen und falls bei dir so ein Tester hier mit dabei ist, am besten einfach mal auf Reset klicken, dass hier oben so ein rotes Lämpchen aufleuchtet. Danach auf Test und wenn es wieder ausgeht, passt alles. Dann können wir nämlich wieder auf Reset gehen und unsere Pumpe einschalten. Laut Anleitung sollen wir das System jetzt circa drei bis fünf Minuten einmal rückspülen. Doch normalerweise reicht es auch so lange aus, bis das Wasser hier vorne wieder klar rauskommt. Und falls bei dir viel Klor vorhanden ist, dann lieber in eine Abwasserleitung geben. Falls fast kein Klor drin ist, wie bei mir, dann kannst du es auch mit gutem Gewissen im Garten versickern lassen. Und wichtig, immer wieder die Pumpe dann ausschalten und dann kannst du nämlich auch wieder den Hebel auf ganz normal Filtern stellen, dass natürlich diese Rückspülung auch aufhört. Bitte den Hebel von der Sandfilternlage auf gar keinen Fall betätigen, wenn die Pumpe noch läuft, da hier sonst im schlimmsten Fall etwas kaputt gehen könnte. Mein Wasser ist wieder sehr klar, weswegen wir mit dem Rückspülen auch schon fertig sind. Und laut Anleitung sollen wir jetzt mal noch auf den Wassertropfen gehen, was einfach nochmal nachspülen bzw. normales Spülen bedeutet, dass auch wirklich der letzte Dreck aus unserem Sand nochmal rausgeht und vor allem auch das Sandbett wieder schön gerade drinnen liegt. Deswegen auf den Wassertropfen gehen und die Pumpe wieder anschalten. Das Ganze sollen wir jetzt übrigens ca. eine Minute noch laufen lassen. In meinem Fall mache ich jetzt einfach mal wieder zwei Eimer voll und schütte diese aus. Auch mit dem Spülen bin ich wieder fertig, weswegen ich den Hebel einfach mal auf diesen Playbutton, was das normale Filtern bedeutet, stellen kann. Und dann kann ich auch mit gutem Gewissen nämlich meinen Gartenschlauch wieder herunternehmen und die Filteranlage in Betrieb nehmen. Und somit haben wir jetzt auch seine Sandfilteranlage schon richtig in Betrieb genommen. Und falls du übrigens noch mehr darüber wissen willst, wie zum Beispiel, wie man diese mit Filterbällen befüllt oder zum Beispiel auch einen Skimmer an dem Pool anschließt, dann habe ich hierfür auch schon extra Videos auf meinem Kanal erstellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Sandfilteranlage speziellen Filtersandschlauchschellen oder natürlich auch einen Poolschlauch zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.